Ja, war ja klar, dass es nicht so einfach wird, hier einfach den Typen abholen. Ah ja, klar, dass es nicht so einfach wird. Ja, es hat wohl geregnet, ne? So, dann nehmen wir mal unser Einbrecheisen. Scanner. Ach, wir haben unseren Computer schon gefunden. Ein Brief von Kangs Ehefrau. Ist auf Englisch, kann ich nicht lesen. Okay, wir haben unseren Computer gefunden anscheinend, aber hier sind noch ein paar Beweise. Aber das heißt ein paar, hier ist ein Munitionsgerät-Dings. Munitionsschachtel-Ding. Ja, keine Ahnung. Mendoza, was ist da auf dem Tisch? Bianchi-Bestellung. Mhm. Okay, das war's mit Beweisen. Dann haben wir den richtigen Rechner ja gefunden hier. Do not connect to internet. Der hier ist das. Okay. Ja, dann rein den USB-Slot. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Ach, scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgewirkt. Oh, oh. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen. Sucht überall. Ich checke das. Knallt ihn ab. Rann da jetzt. Da sind zwei von denen. Rann. Schnappt ihn euch. So. Das ist wieder eine kleine Schießerei. Ich weiß zwar nicht, wie die mich jetzt gesehen haben, aber okay. Hast du den gerade umgehauen? Ich bin beeindruckt. Geil, die richtig schöne Schießerei. Ja, 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 ja. Ja, halt dein Maul. Da hinten haben wir noch einen. Der stirbt natürlich nicht. Der schluckt wieder einfach, der Schluckspech. Ja, aber einen ganz schönen Rückstoß, die AK, muss ich sagen. Okay. Fürschließen. Ja, als Kopp lernt man so einiges. Mhm. Übrigens, wir alten Kumpel sind unterwegs hierher. Scheiße. Einfach, hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Ja, ja. Kinderspiel ist es nie. Was kommt jetzt für eine Maschine? Jo. Jo. Nehmt ihr das Ding? Ja, ja, ich hab das Ding. Nehmt ihr euch? Geh, 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 geh. Okay, abhaut. Abhaut. Alter, irgendwas schießt da auf uns. Die haben da, was weiß ich, die haben dann fettes MW oder was weiß ich, was sie da haben. Zurück zum Wagen gelangen. Einsteigen. Jetzt komm schon, Junge, gib Gas. Oh. Oh. Nicht gut. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ähm. Ja, du hast einfach schüssig das Glas. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die Knabe! Ach, Schade. Komm weg! Bravo! Jo. Jo. So, wir sollten abstürzen. Ich dachte, ich muss den Typen da vielleicht irgendwie erschießen oder so. Aber dass man den nicht erschießen konnte, das war jetzt auch schon irgendwie sinnlos. Moment, Waffe, Waffe, Waffe. Ja, 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 ja. Hör mal auf mich wegzudrücken, Mann. Ist meine Deckung. Such dir deine eigene. Ja, mach mal keinen Harakisch, Kollege. Was ist das? Ja, der will noch einen Nachschlag. So, hier Kopfschuss. In Ruhe ist. So, und jetzt? Kollege, sag an. Ja, unser Auto ist am Arsch. Oh, okay. Flussbett, da ist es immer nett. Alter, ich bin auf das Auto hier kaputt. Okay, voll los. Hä? Okay, verstanden. Wir melden uns. Was die Lady will, kriegt sie auch. Ich muss sagen, die Fahrzeuge lassen sich echt gut fahren. Aber man weiß, wohin. So, hier hoch. Wahrscheinlich, ja. Boomer. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Boomer. Boomer. Hey, gibst du mir Deckung? Okay. Mindestens fünf oder sechs Typen. Dann vermute ich auch ein Alarm. Wie sollen wir vorgehen, Officer? Die Belohnung holen wir uns, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Ich gehe erstmal runter. Kann ich die Tür hier aufmachen? Nö. Ja, kaputt schießen kann ich auch nichts. Schade, ich habe gedacht, da drin sind vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Special-Sachen versteckt. Oh, ja, ja. Hey, das habe ich doch gesagt. Er will, dass ich mich um den Kram kümmere. Er vertraut mir. Ich muss länger bleiben. Du willst doch, dass ich die Beförderung kriege, oder? Okay. Geh dir weg. Was läuft denn hier? Ich rauche nicht. Ich bin in einem Büro. Wieso bist du Teufel? Ich habe da was gesehen. Scheiße. Verdammt. Was jetzt? So, der soll mal herkommen. Hände hoch. Hörs. Okay, cool. Hier drüben. Okay, ich halte hier. So, wenn. Jo. Jo. Alles klar. Da explodiert gleich irgendwas direkt in meinem Gesicht. Ja, läuft bei denen. Also, die sprengen hier gleich alles in die Luft. Finde ich gut. Mann, ey. Muss denn das immer sein? Was ist das denn? Halt! Keine Bewegung! So, verhaften. Warum auch immer wir den noch verhaften. Keine Ahnung. Ich meine, wir sind kein Polizist mehr. Aber egal. Wir verhaften halt immer noch Leute. Hier ist einer am Boden. Und du bist der Nächste. Ich bleibe hier. Okay, ich gehe das checken. Keine Bewegung. Okay, cool. Ich will keinen Stress. Was? Halt! Schnapp den! Alarm! Unten bleiben! So, Alarm ist aus. Kommt trotzdem noch Besuch. Na, es kommt noch Besuch. Das ist aber freundlich. Kommt noch ein paar Spielkameraden auf dem Hof. Ah, hallo! Na, wie geht's euch? Alles gut? Ja, komm mal, umgelaufen. Ja, die haben es aber eilig hier. Ja, ihr werdet alle bedienen. Ja, immer mit der Ruhe. So, alle auf dem Boden hier. Schön brav und ordentlich. So, durchsuchen. 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 Foto von Boomer. Hm, so sieht unser Freund aus. So, was vibratet hier denn? Koffer. Aha. Designer-Koffer. Sehr verdächtig. So, und wo ist jetzt unser Boomer? Keycard. Ja, haben wir nicht. Ich wollte es nur mal versuchen. Hey Mann, ich kriege hier keine Luft. Ja, das macht doch nichts. Ja, ich bin doch ein netter Mensch. Ja, ich bin doch ein netter Mensch. So. Ja, ja, jetzt hör mal auf zu jammern. Lass mich hörten. Lass mich hörten. Boomer. Oh Mann, danke. Du bist Kais Freund, oder? Kais Freund? Nicht wirklich. Was haben sie mit dir gemacht? Es ging um die Dateien, die ich für Kai ziehen sollte. Sie haben mich beim Runterladen erwischt. Wollten die dich in eine Schrottpresse stecken? Du kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben's auf die Spitze, Mann. Ach, jetzt sperrt er den wieder hier in den Kofferraum. Warum das denn? Hey, hey, das war gar nicht cool. Das war nicht cool. Ah, ja. Ich will da ein bisschen Faxen machen. Ich sage dir Bescheid, wenn einer kommt. C4. Hä? Was ist hier los? Hä? Hä? Was? Was zum Teufel? Was ist das denn? Was? Was? Was ist das denn? Was war gar nicht her? Ich weiß nur, ich spiel hier Battlefield, das heißt ich will Leute erschießen. Dann schnapp dir den Laptop und weg hier! Ja wo ist der Laptop? Wenn es der Laptop sjung und weggebracht hat. Und dann schnapp dir die Laptop. Das ist die Laptop. Und dann sieht man, dass ich die Laptop das tasting. Und das ist die Laptop. Und da ist die Laptop! Und da ist die Laptop! Und da war die Laptop! Und die Laptop. Von den Laptop. Und jetzt ist die Laptop. So, den Kofferraum auf. So, den Laptop haben wir. Au. Ey, 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 ey. No, no, mach mal keine Faxen. Das war der Gastank, würde ich sagen. Das war der Gastank. Ja, guck mal, wie ich direkt weiß, dass da drin Gegners sind. Habt ihr das schon? Können sie kommen? Na, dann kommt mal her, meine Freunde. Ich schalte auf allen Schuss mal um. Zack, Headshot. Ja, ich wollte gerade sagen, hinter roten Fässern verstecken ist immer eine schlechte Idee. Und da ist es auch schon explodiert. Ja. Läuft auf jeden Fall nicht. So, jetzt mach ich hier kurz einen Prozess. Jetzt hab ich hier keinen Bock auf die. Ich sehe nichts. Nicht da drüben. Ja, Mann. Ich sehe nichts. Nicht da drüben. Er wurde getroffen. Yo, yo. Wie schnell das Mann tot ist, ey. Das ist so unglaublich krass. Zwei, drei Schüsse und man ist sofort tot. Mann, was ist denn los jetzt hier? Machen wir da auf Automatik. Ja, 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 ja. So, das ist doch ganz einfach. So, ich hör schon Polizei. Ja, 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 ich hab doch das Ding aus dem Kofferraum schon. Ja, ja. Da drüben. Da kommen noch welche. Wir kommen. Da, Vorsicht. Busschen! Da lang. Da. Da. So. 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 ganz ruhig jetzt so den tücken Wir wollen ja noch holen, ist aber nicht mehr da, ist auch gut.